aber so ein spiel von den Klick das wird sehr sehr spannend sein ich bin angefangen in den Kommentaren die Leute ausrasen ähm ich hab Bucke entdeckt wir müssen irgendwas hier machen damit wir hier Dinge sind die ganze Tipps alle immer so zu einfach so einfach ja und ich hier ich hätte es gedacht hier so braun braun und braun und da sind die alle halt eben in der gleichen Farbe aber irgendwie gelb auch nicht sein wahrscheinlich und draufklicken kann ich auch nicht auf den Pfeil kann ich vielleicht die Kur muss ich vielleicht die Kur hallo hallo so muss ich die Kurbel dafür benutzen ne schön ach man kann die Tür ok ne Lupe vielleicht können wir mit der Lupe irgendwie das Ding zum Brennen bringen ja muss ich erstmal hingehen ja ich kann auch vorschloss einfach nur verarsche ist weisse ok irgendwie scheitert somit zu wirken hier ist auch nicht nur ein Hinweis zu den Dingen hier ok hihihiiiiiiiiiiiiiiiiiii soooo oder Ich komme mit diesem blöden Ding nicht weiter, ernsthaft. Hier kann man ja nicht testen, ob das richtig ist. Das hätte hier mal Klack-Klack-Klack gemacht, aber ich mache das nicht mehr Klack-Klack. Wieso kann er anspielen, nur darauf, wie man es schaffen soll, die Scheiße. Wird echt aggressiv, ja. Vielleicht sich auch unten irgendetwas rätselmäßig lösen ist. Hier ist nix außer die Augen und Dunkelheit. Man kann nur wieder hochgehen. Und hier rechts weiter komme ich ja auch nicht. Hier runter. Will das Telefon nicht zum Laufen bringen. Ja, eben nicht, du Feige-Schwein. Wie kann man das vielleicht irgendwie aufhebeln mit der Kurbel? Oder mit der Lupe wegbrennen. Ich möchte das mal unter die Lupe nehmen. Oder unter die Kurbel. Ich hätte mir das eh wieder die Wippmühler zum Laufen bringen, aber... Wie soll... Ich check das nicht. Wie soll das machen, ey? Rot und Blau. Ist das richtig? Ist das richtig gewesen? Das hat geknackt. Da gehen wir mal aus. Einen von denen es richtig war. Hä? Ich stecke hier über... Ich stecke hier... Wirklich, ich stecke hier richtig fest. Ich stecke da nicht. Ist die Musik nicht so nervig? Versuche ich hier an den Stein zu orientieren. Hier vielleicht so erste, unterste Reihe, ne? Aber irgendwie scheint das auch nicht so... Hilf... Ich kann ja auch nicht... Wenn man hier auf den Fall klicken könnte... Scheiße. So, es ist die Aufnahme im Arsch. Scheiße. Kein Platz mehr auf der Platte. Kann auch sein, dass ich das hier lösche. Und gar nicht hochladen werde. Mal sehen. Kommt doch irgendwie viel, äh... Jetzt von der Aufnahme welches. Mal sehen. Bis dann. Ciao mit. Fauna. So, ja. Dann bin ich wieder, äh... Ne? Ähm... Wir haben jetzt... Wir kommen in einer neuen Aufnahme. Oder so eine Art. Denn, ähm... Ja, mir hat letztens die Platte, ähm... Es ist letztens voll gelaufen. Und da hat Fred einfach gesagt... Nö. Wir machen nicht mal weiter. So. Und hier sind wir jetzt wieder am Arsch. Und haben immer noch dieses Kack-Rätsel. Schön, ne? Ja. Hm. Aha. Ja. Jetzt, äh... Dann irgendwie hier... Wir kommen ja keine Klick-Geräusche. Das ist das Problem. Ja, diese schöne... Wunderschöne Rätsel... Müssen wir jetzt hier meistern. Ich, äh... Ich freue mich. Jo, jetzt hat jetzt hier irgendwas... Ich habe im Internet recherchiert... Und man solle einfach so lange drehen, bis irgendwie Klick-Geräusche kommen. Und sich dann die Türen öffnen lassen. Aber irgendwie, ähm... Ich liebe dieses Geräusch. Ich liebe es so sehr. Das ist wirklich das bescheuerste Rätsel der Welt, Alter. Wenn ich jemals Wimmelbildspiel spiele... Äh, bitte. Ne. Hm. Bitte funktionier einfach, du Scheiß-Style. Scheiß-Style. Warum... Ich möchte, dass das jetzt funktioniert. Warum... Warum... Geht das nicht? Alter, ich raste gleich aus, ernsthaft. Woran soll man sich denn da mit dem Ding orientieren, Alter? Hier. Äh... Braun. Rot. Und, äh... Weiß. So kann ich jetzt die Scheiß-Tür aufmachen. Vielleicht immer noch nicht. Toll. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es so sehr. Wah. Mein Leben ist, äh... Ich weiß doch noch, da hast du mal Klack gemacht. Und dann waren die Türen offen. Einmal immer wie... Und warum... Und wann es Klack gemacht hatte. Vielleicht so... Hat es dann... Dann Klack... Ich hab Klack gemacht. Vielleicht ist es jetzt richtig. Äh... Was bringt das Klack dann, wenn das eh nicht aufgeht? Oh. Ein... Ein Regenschirm. Okay. Ein Regenschirm. Ähm... Ähm... Dann... Versuch ich jetzt noch was Neues. Und zwar... Oh. Ich bin Magic, Alter. Ich kann das. Okay. Ich will nicht hier aufgehen. Aber die geht auf. Okay. Also muss man sich doch an diesen Scheiß-Teilen da orientieren. Ja, hallo. Ja, hier. So. Äh... Dann ist das hier braun. Hier rot. Und hier gelb. Aha. Und ist hier drin die Lupe. Genau. Genau. Ähm... Ja, was mach ich jetzt mit der Kurbel? Kann ich dich hier irgendwo anbringen? Ähm... Ja. Ja, ja. Ähm... Regenschirm? Irgendwas damit machen? Ja, schön, ne? Ja, ich weiß, du. Ich bin auch gleich... Äh... Schlauch gleich auch rein. Schlauch gleich auch rein. Scheiße. Ah, jetzt... Ach, hier können wir das. Genau. Okay. Aha. So, hier. Dann. Das Teil da dran. Zehn Stunden später ist das Ding an. Ja, so geht jede Öllampe an. Und schmeißt sie einfach weg. Adventure-Logik. Wir gehen jetzt hier runter. Oh, endlich neuer Screen. Wow. Wunderschön. Vielleicht hier mit. Ja, das ist mal einfallsreich. So. Ja. So. Hier hoch, komm. Mit deinen fetten, dünnen Armen. Fetten, dünnen Armen, ja. Das ist eine neue Beleidigung heutzutage. Du hast voll die fetten, dünnen Arme, Alter. Jo. So. Ähm, jetzt sind wir wieder da. Wo kommen wir raus? Hier? Ne. Wow. Wir sind mal hinter diesem Zaun. Ähm. Ja. Und haben nix. Ah, das ist jetzt der Titel-Team. So, hier. Was kann man da machen? Wir sind ein Stoffsack. Die können uns nix tun. Okay. Okay. Ach, das ist in den Heuballen rein. Hallo? Ah, da unten ist er. Ach so, jetzt können wir da wahrscheinlich drüber schüppen. Ja. Oder drüber laufen. Oder so was mit unseren... Ach, jetzt haben wir das Rubin-Ding. Das, äh, war ich schon was, ne? Ach, da sind, äh, Dinge drin. Ja, sind sie. Haben es da sind? Ach. Na egal. Ich lege erstmal hier der Teil hier rein. Schön genau rein. Wenn wir die Karotte dann nehmen, damit die Dinger da lebendig werden. Lebendig werden. Ähm. Ach, der, 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 der Ding da. Dönervogel. Der ist ja... Wo kann ich denn? Ach, hier. Hier drauf. Hier. 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 Hier drauf. Hier. Hier rein. Hier. Oder hier. Mal hier. Ah, ja. Äh, wo kann ich das Ding? Gib sie hin. Gib sie hin. Was passiert, wenn ich auf Enter? Äh, der Space-Taste. Ich kann nichts machen. Vielleicht sollte er erstmal hinlaufen. Ja, dieses Adventure ist halt eben nicht gewöhnungsbedürftigt. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Ja, und jetzt, äh, haben wir Strom. Hier. Switch. Der Hebel. Okay. Alter. Steffa, hör auf! Geh weg! Ich spiel grad ein Display. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich spiel grad mit Flay. Okay, die Flavor geht grad runter. Nur wegen Steffa. Ja. Alles seine Schuld. Alles seine Schuld. What the fuck? Was verdammt grad? Was verdammt grad? Ähm. Okay, was jetzt? Achso. Okay. War es ne Zeitmaschine, oder? Ja, okay. Ein bisschen Krieg. Aber nur ein bisschen. Ja. Okay, warum wackelt der so? Haben wir also den Aiden geholfen, die Welt zu übernehmen. So, das war jetzt aber ein bisschen, äh, versehen. Also, das war jetzt nicht mein Primärziel, weißt du? Also, ja. 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 Was kann ich hier machen? Kann ich hier irgendwie Knöpfe drücken? Hallo? Ja. Den Knopf da? Nicht für den Knopf drücken. Passt dir gar nichts. Kann ich das hier ausschra... Alter, die Geräusche. Ich kann hier gar nichts machen. Außer hier auf den Knopf drücken. Oder... Ah. Ich kann es einfach abnehmen. Ich dachte, dann muss man jetzt... Mit Schraubbeans hier. Okay. Dann hier. Das hier mit dem. Das mit dem. Und das mit dem. Oh, das hat sogar noch... Das hat sogar noch was gebracht. So, jetzt krieg ich das drauf. Oh, ähm. Ja, also die Atombombe ist da ein bisschen... Okay, ich glaube, die Sound sind nicht gerade... Ja, haben wir einfach eine Atomeklusion ausgelöst. Das ist auch immer gut. Fallout. Ja, ähm. Ja. Gut, ne? Alle tot, ähm. Jetzt haben wir eigentlich mal Ruhe. So, jetzt setzen wir uns mal auf die Bank. Boah, Alter, die Frames gehen wieder... Bei einigen Streams... Ja, es liegt an der Programmierung. Es liegt ja am PC. Hallo, es liegt ja am PC. So, und jetzt setzen wir uns hier hin. So, oh, geil. Einde mal. Krieg bleibt immer gleich. Was soll das jetzt? Was soll das? Was soll das? Okay, ich glaube, ich soll ja nicht hier sitzen. Ich kann nicht aufhören. Doch, ich kann aufhören. Okay, man kann ja hinsetzen und dann jodeln. Ah, ich kann nicht weg. Oder kann ich nicht durch die Tür? Caro, sei... Äh, Seekitz. Spielt Gary's Mod, Alter. Ich will auch. Okay. Wir wissen jetzt, wenn wir das nicht geben sollen, eigentlich, oder? So, dann wollen wir weiter.